Ich komme mir langsam vor wie so ein Serienkiller, weil ich stelle dieses Grins inzwischen. Ja, eine nächste Info, die wird jetzt nicht sehr überraschend sein, aber ich habe ja ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern meiner Mutter. Und das Verhältnis ist sogar so gut, dass ich meine Großeltern Minimum einmal am Tag anrufe. Bis Maximum fünfmal. Aber meistens sind es so zweimal. Und das immer so um 17 Uhr rum und dann nochmal so um 20.30 Uhr. Also das erste Mal schon Guten Morgen zu sagen und das zweite Mal ein Gute Nacht zu sagen. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Also ein extra Fakt über mich. Ich habe eine furchtbare Sauklaue. Teilweise kann sie es einfach nicht lesen. Also wenn ich jetzt meine Schrift mal kurz, also ich kann euch nur vorlesen, was hier gerade steht. Ich mache die mich immer auf Sachen. Also eigentlich habe ich einen totalen Grammatiktick wie dieser Satz zustande gekommen ist. Wenn du möchtest, kannst du den nachher haben. Aber so einen Grammatikfehler bei mir wirst du nie wieder irgendwo finden. Oh nein! Ich habe einfach nur Sauklaue. Elena ist mal wieder am Berg gewesen. Okay. Wir haben jetzt in diesem Video drei Fakten. Also machen wir hier jetzt Schluss. Und ich mache das im nächsten. Und jetzt... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020